Naja, wir gucken einfach mal hier. Erstmal gucken wir erstmal hier. Guck mal. Taken steht da. Ist das dein Lieblingsfilm oder bist du... Du bist vergeben? Dann muss man das reinschreiben bei Instagram. Mit dem Herz. Nicht unbedingt. Ja, aber die Alte wollte das, ne? Der Oliver Pocher kommt in die Schweiz. Alle Turdaten und Infos auf OliverPocher.de